hallöchen und herzlich willkommen zurück zu seven days ich habe jetzt keine weiteren zombies mehr gefunden und deshalb würde ich jetzt mal eben geld was auch sehr schönes ist die rakete hier bei direkt und ich ja mal eben das zeug wieder weg bringen und es ist doch schön was hier um fliegt ein geier wie kann ich dir so verziehen nein den geier du dich nicht alles gut ich hörte im hunting rifle kannst du die dinger wirklich gut runterholen kannst du nicht meckern wenn du einmal zielen kannst zack und tank ist ein bisschen voller geworden jetzt hier oben lassen könnten müssten sollten auch nicht gut dann ab da unten was für stiefel habe ich eigentlich an leute bandit boots heavy bandit boots ja klar natürlich macht doch sinn okay fast ausgebrannt ist aber in ordnung kann ich direkt noch mal jemand spachteln das mache ich aber eben kommt hier wasser rein und da kommt das rein die kommen woanders hin blaubeeren blaubeeren hier kommt yukka rein richtig nein yukka ist zum essen da anscheinend aber goldenrod kommt da rein und hopfen die kommen hier rein die kommen hier rein ja reicht ich will seine runden setzen hier ja yukka habe ich hier drin äh ne habe ich hier vorne drin das ranzige sandwich und das zeug und cotton und so okay smg parts habe ich überall drin wieso bin ich nicht überrascht leute wieso findet man eigentlich immer nur das was man eh schon hat und nie das was man braucht habe ich schon so sechs schuss können wir direkt wieder anbauen hier der ketenwerfer kommt direkt auf den schrott hier habe ich noch mal ein bisschen öl papier war hier drin und die boots waren dort boots haben wir auch wieder en masse können wir auch wieder hier weg packen von gut und dann korn zeug da was ich machen wollte war äh ich wollte zumindest das hunting rifle nochmal eben reparieren gut ich friere ist sehr schön dann haben wir das nämlich auch wieder auf volle leistung den spike club habe ich noch einen als ersatz hier natürlich habe ich keinen als ersatz da aber das macht auch glaube ich nichts so jetzt erstmal sieben minuten ein und dann ziehe ich mir hier nochmal 500 raus ok nehmen wir da mal 230 ja danke dass ich jetzt zu lange da warte ich weiß auch grad nicht was ich wollte das kann da rein ich werde den einzig voll machen wahrscheinlich dann haben wir hier noch ein bisschen mehr ja ja ok haben wir haben wir haben wir spike club sind in der herstellung das messer müsste hier gleich noch verschwinden wobei das machen wir einfach so dann verschwindet das jetzt und dann machen wir das so und dann läuft das gut das spike club noch nicht fertig blut abnehmen wollte ich mir nicht mehr aber ich wollte was essen so und schon wieder dümpel war bei 225 welse ist faszinierend es ist faszinierend könnten wir noch ein painkiller futtern ne muss ich nicht wenn ich nachher ins du esse ist das mit dem painkiller eh weg oh ist das nacht da nicht mitgekriegt 10 tode ey päh ja fast 1000 km gereist zu fuß ne ist das oder insgesamt wahrscheinlich ist das insgesamt mit minibike zusammen aber naja ähm map wollte ich nicht skills wollte ich mal ganz kurz reingeguckt haben habe ich da irgendwas noch was ich leveln kann rifles auf 52 ja das levelt sich hoch langsam bis 60 noch 8 punkte wenn ich bedenke shotguns 43 und handguns 40 da haben wir jetzt schon hier ja so war hier gut voraus du so echt gut voraus lohnt sich quest was habe ich da noch auf dem special das ist einmal screamer infected policeman mhm wildschwein ein bären ähm passt na komm ich mach jetzt folgendes da ich gerade auch keine große lust mehr habe zu warten essen wir uns jetzt schon stu müssten damit eigentlich fast voll werden und haben zwei wellness punkte wieder die wir uns wieder weg prügeln lassen können achso ich hab ja mein mein club wollte ich ja noch überrühren danke danke dass ihr es gesagt habt es ist eigentlich schade dass ich keine verbesserung herkriegen kann 400er clubs kann ich erstellen auf 500 komme ich rauf ich müsste da ernsthaft noch zwei punkte investieren ich meine einen punkt kann ich investieren dann kann ich 450 herstellen aber auch mit 450 er komme ich auf 550 maximal das wird den beraten nicht fett machen also entweder brauche ich noch massig quests indem ich mir die ne oder 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 auch nicht den bogen immer ganz kurz ich hab die bürgen gerne die haben eh so wenig haltbarkeit da hab ich den ganz gerne voll repariert er hat ja nur 320 haltbarkeit auf auf seiner 500er stufe da aber stimmt dadurch dass ich den bogen hoch gepusht habe wie hulle hab ich ja auch die spike clubs hochgepusht auf 400 da war was jetzt wo ihr es sagt ja da war was ich erinnere mich dran naja so mal gucken was so nachts draußen geht da nicht falsch hab ich falsch geguckt ich weiß nicht wollen wir mal nachts durch die stadt gehen einfach mal ich meine die sind ja jetzt ein bisschen stärker jetzt vermisst zumindest nachts nachts sieht man halt so schlecht ne da vorne war doch irgendwo ein trailer ne komm da gehen wir mal hin also gehen im sinne von wir fahren schon da hin ich nehme das minibike schon mit ich fahr auch hier querfeld ein wir werden jetzt hier keinen hirsch finden oder keinen bären oder sonstiges aber das ist nur vertrockneter meister guck mal hier haben wir noch gar nicht geloot Leute da habe ich doch eine dumme idee ah wir sind ja zu hause das war das erste was ich hätte schmeißen werden aber jetzt haben jetzt noch ein paar davon mitgenommen ey wenn es nicht viele waren ich habe sowas gedacht Leute ich als ich eine zombie da hinten gesehen habe habe ich mir gedacht eigentlich müsste doch jetzt eine wanderhorde kommen und dann habe ich schon dieses trampeln gehört und Nägel können wir direkt mal scrappen hier dann haben wir schon scrap ironer man hm da ist auch noch Müll da war ich schon dran ja guten tag kommen sie bitte raus am besten mit erhobenen Händen Stoff Papier immerhin wenn schon nichts rauskommt kann man nichts mit Papieren mitnehmen und eine Toilette ich habe mir sowas gedacht dass da eine Toilette hier drin sein wird frag mich nicht frag mich nicht warum wenn wir hier noch nicht dran waren dann waren wir hier vorne auch noch nicht dran seht ihr da und schon bin ich froh doch lieber auch schon dran da waren wir schon dran der sagt er ist auch leer und da ist auch leer sagt er kriecher war das den hätte ich gar nicht als kriecher erkannt aber der ist nicht leer ja das waren wir auch noch nicht hier drin wo ist auf jeden Fall ja ist offen komm raus ist das jetzt hier auf dem rummelplatz oder was dem engen raum ist ohne tür schon ordentlich kaputt aber auf dem engen raum hier jetzt hier den Spucker drin haben mein Traum da ist ein save ich habe ihn gesehen Leute alles gut ich loote mir erst die unwichtigen Dinge ne das kann im Müll bleiben das kann wir scrappen ein bisschen klein hier drin ne Leute so ein bisschen klein eher mickrig hier Toilette ich bedenke das müsste ich ne geht nicht viel 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 zu klein eh will doch keiner wohnen gucken ob das save droht drin hat was ich mich frage ist wenn man von außen diesen Block wegschlägt von außen von außen ob dann der save auch von außen kaputt geht so jetzt ist er angeschlagen jetzt müsste ich ihn von außen eigentlich sehen der da der ist es so nö der save ist lootbar ok gut zu wissen gut zu wissen hat sich aber nicht wirklich gelohnt da waren wir schon dran ich habe doch gerade hier ein vogelnes gesehen das ist egal so ich glaube in den anderen häusern hier hinten waren wir schon drin oh da habe ich was leuchten sehen achso Lampe ja ich habe da eine Lampe leuchten sehen ein arm wo ist wo rennst du hin ich habe den arm abgeschossen weil ich dich so gut am Kopf getroffen habe oder was naja Mensch ك das rennt ja wieder rum wie ein aufgesteuertes Hühnchen ich denke man will sich damit eher treffen als mit dem fallen lassen war das sein bringt ja nix kommt so wenigstens zu mir gewandt aber nicht lang genug was ist denn hier mein freund ist da ist ein baum ja schön dass du was machst du da aber schon schlagen bevor du auch nur ausgeholt hast ne das mag ich ja wisst ihr das mag ich ja instant respawn dank spider zombie konnten leuchten da raus du musst dir die schämen es ist peinlich hallo ja schön schön machst du das auf den engen raum mit mir zu kämpfen ist echt toll da sieht man wieder den instant respawn von diesen hütten haben wir hier auch so ein phänomen mal gucken ja da ist eine zumindest aber ansonsten liegt ja aber nichts und stuhl kann ich jetzt mal mitnehmen und scrappen hier und sagt die uhr halb drei gleich wird sie der heller das ist gar nicht mal so schlecht sehen die zombies wenigstens wieder ein bisschen besser wir versuchen das noch mal im laufen also ein wackelkopf echt nicht einfach gebe ich zu echt nicht einfach doch hier respawn bitte jetzt oder nicht wo sind wir eigentlich auch da an der ecke sind wir hier ja okay ich sehe schon irgendwo war noch ein bunker aber auch da sind wir schon 5000 mal rein und raus wieder 50 zombies gekillt in dieser quest da ist jetzt jetzt hell okay jetzt kann ich hier hat er gesehen gerade in den klick jetzt sehe ich die zombies hier hier kann ich das beweisen moment ist hier da hinten was ein schweinchen 345 wie oft hat es mich jetzt muss ich auf jeden fall wer ist funktionieren es geht doch gar nicht anders die sektoren kommt vielleicht keins keins der zombie für fies hier hat mich wahrgenommen der wackelt auch ich habe eine infektion aber schon so lange keine mehr gehabt ne ein bisschen was zu essen habe ich jetzt umgenutzt ja müsste ich eigentlich gut so reicht bleiben wir mal hier bei der ansicht wie leer auch die garage sieht auch nicht mehr das was sie mal waren oder was meint ihr naja ein schweinchen haben wir zumindest oh guten tag stimmt da lag ja noch da lief ja noch einer da liegt noch einer wo nicht kann ich denn nein kann ich denn was essen war die war die frage die ich euch stellen wollte und die antwort darauf ist nein ich kann nie was essen wissen wir doch hier nochmal wieso habe ich denn keine action mehr hier drin in den buden mach mal weg den busch eigentlich schade ihr wisst ja wie gern ich da spaß mit zombies habe das war kein nickel was daraus kam es war kein huhn was wir nur gesagt haben oder ne hühner hühner schlagen keine haken hühner gehen einfach nur geradeaus und weg sind sie die sind etwas leichter zu treffen die dicken die man eben doch nicht ja zwischenbeine durch oder was ich gebe auch gerade zu, ich spiele jetzt so ein bisschen mit ihm, ne, also gucken, wie viele Pfeile er so frissen kann ach, einige sagen wir einfach einige so, ja, eigentlich könnte man jetzt mal ein bisschen auf Großwildjagd gehen, was haben wir hier, der wollte mich jetzt umrennen quasi, einfach wegschieben, hab da gesehen, aber ich bin hier standhaft stehen geblieben und als es mir zu bunt wurde, habe ich ihm eine gelangt und dann ist er einfach müde geworden und hat sich schlafen gelegt, es ist also, ne, nicht, dass es hier falsche Sachen behauptet werden oder sowas, ne, der ist müde und liegt da zu schlafen, sonst kann ich scrappen, das brauchen wir nicht mehr so, ein bisschen auf Großwildjagd würde ich ganz gerne noch gehen oder Kleinwildjagd, dann gehen wir ruhig mal in diese Ecke hier hinten, oder haben wir hier hinten denn irgendwie, ja, da ist Schneebium eigentlich ist es noch ein bisschen zu früh fürs jagen ich finde es ja immer nett, dass wir so Haken schlagen müssen, aber müsst ihr das machen geht mir ein bisschen auf den Nerven haben wir Hirsche im Schneebium, ist jetzt die Frage Schweine, ja, haben wir, ne, oder müssten wir zumindest ich habe ihn gesehen ich brauche eh nur noch einen einzigen, hier schwere ich die Quest nicht dabei habe, ich dussel wollte so eine Quest mitgenommen haben hab's natürlich wieder vercheckt, so eine Quest mitzunehmen deshalb würde ich jetzt mal im kleinen Bogen langsam in Richtung Heimathron fahren wieder beziehungsweise der kleine Bogen wird eigentlich so der direkte Weg werden ohne Zwischenstopp und kein wer ohne irgendwas anderes weil wenn ich mir die Uhr angucke, habe ich 27 Minuten Leute was habe ich denn hier in den 27 Minuten gemacht bei, ich weiß nicht was, habe ich noch auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, ah, hast du noch ein bisschen Zeit so, aber ich verabschiede mich schon mal mir ist heute ein bisschen, ich weiß nicht, der Kopf ist so ein bisschen dicke kennt man ja, also nach dem warmen Wetter jetzt dieses Regenwetter Umschwung, also heute ist mir noch Freitag bei mir ähm ja ne, sag ich mal wir gucken mal also, ich verabschiede mich werde jetzt hier noch ein Penkeler futtern Penkeler sei schon ein Antibiotika futtern und dann auch runtersausen wie gesagt, ich verabschiede mich bis morgen zur nächsten Folge die dann aber auch heute erst aufgenommen wird das heißt, in dem Moment, wo ich ne, lass mal aus in dem Moment, wo ich, ähm wo ihr die Folge seht bin ich dann heute Abend quasi diese nächste Folge für morgen schon aufnehmen es sei denn, die Alpha 17 ist bis dahin draußen was ich allerdings nicht glauben werde daher sage ich immer mal bis morgen in der Alpha 16 macht's gut Tschüssi das heißt, ich bin